Was genau ist eigentlich eine Rohaufnahme? Wenn du das bereits weißt, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz interessant für dich. Für alle anderen, die sich fragen, was ist mit einer Rohaufnahme gemeint, hier die Erklärung. Eine Rohaufnahme ist eine einfache Aufnahme zwischen dir und deinem Mikrofon ohne irgendwelche Effekte oder Bearbeitungen. Mit Bearbeitungen meine ich jetzt nicht das Schneiden von der Aufnahme selbst, dass du da Fehler rausschneidest etc. Mit der Bearbeitung meine ich halt Normalisierung, also Lautstärke, Veränderung, Anpassung, Kompressor, Equalizer und so weiter. Wenn du das alles weglässt, hast du eine Rohaufnahme. Und das ist sehr wichtig, so eine Rohaufnahme zu haben. Zum einen, weil die manchmal von Auftraggebern gefordert wird. Und das Thema hatte ich jetzt vor kurzem erst. Da ging es um eine Sprecherin und da hat der Auftraggeber halt eine Rohaufnahme gefordert und sie wusste nicht, was das ist. Zum anderen ist es halt ganz gut als Backup. Warum? Weil ich weiß, dass viele von euch Cubase nutzen. Und viele von euch nutzen auch eine sogenannte Effektkette. Das bedeutet, dass ihr dann schon alles im Vorfeld eingestellt habt. Wahrscheinlich auch noch irgendwelche vorgegebenen Einstellungen übernommen habt, die gar nicht für euch passen. Weil ihr müsst eine Einstellung immer für euch vornehmen. Ihr könnt niemals irgendwelche Einstellungen, die ihr irgendwo gezeigt bekommt, übernehmen für eure Stimme. Sei es Equalizer etc. pp. Das Einzige, was ihr beim Equalizer übernehmen könnt, sind halt so Sachen wie den Low Pass oder sowas, den High Pass. Sowas in der Richtung, also sprich, Töne unter 60, 70 Hertz wegschneiden. Aber alles, was ab dann kommt an Einstellungen für die Mitten, für die Höhen, für die mittleren Höhen und so weiter und so fort, das muss immer individuell für eure Stimme passieren. Das nur noch ganz kurz by the way. Auch das lernst du zum Beispiel auch alles in meinem VoiceOver-Kurs. Also nur mal kurz nebenbei erwähnt, dass das ganz wichtig ist, immer für sich selbst einzustellen und nicht irgendwelche Einstellungen zu übernehmen. So viele von euch haben aber wahrscheinlich Einstellungen und dann auch weitere Einstellungen wie zum Beispiel Kompressor, Mastering, Normalisierung und so weiter und so fort und alles schon eingestellt in Cubase, sodass das alles mitläuft, während ihr einsprecht. Deutet, ihr geht auf Record, sprecht euren Text ein, geht auf Stop und habt schon einen fertig bearbeiteten Text, den ihr denn nur noch schneiden braucht. Das klingt easy und ist auch sehr effizient von der Zeit her. Aber was macht ihr jetzt, wenn zum Beispiel diese Plugins, die da drin sind, zum Beispiel auch irgendwelche Deesser oder andere Sachen, zu stark reagieren und dann irgendwelche Buchstaben schlucken? Das geht. Also wenn irgendwelche Effekte zu stark angewandt sind, dann verändert ihr ja die Aufnahme so stark, dass dann zum Teil auch irgendwelche Buchstaben verschwinden oder Silben. Geht auch. Habe ich auch schon alles erlebt. Und dann habt ihr eine gesprochene Aufnahme und müsst das halt nochmal aufnehmen, in der Hoffnung, dass das halt nicht nochmal bei dem gleichen Wort so reagiert. Ein ganz kleiner Hinweis an dieser Stelle. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber ich habe auch dieses Video komplett mit einer übertriebenen Effektkette bearbeitet. Einfach mal als Negativbeispiel und habe das jetzt auch mal so laufen lassen und lass das auch gleich weiter so laufen, damit du einfach mal ein Gefühl dafür bekommst, wie sich das Ganze anhört. Denn vielleicht ist dir das schon aufgefallen, dass das ein oder andere kleine Wörtchen am Satzende oder auch mal ein Buchstabe etc. komplett verschwunden ist. Das liegt daran, dass eine Effektkette falsch oder zu stark eingestellt ist. In meinem Fall wäre es zum Beispiel das sogenannte Rauschgate oder Noisegate. Ein Gate ist ja ein Tor, also übersetzt heißt das Tor, sowie eine Tür. Stell dir vor, wie auch immer du das machen möchtest und du machst diese Tür halt nur auf, wenn es gebraucht wird und für einen speziellen Effekt. Das heißt, ein Noisegate hat zum Beispiel nur was mit Rauschen zu tun und wird ab einem bestimmten Schwellenwert aktiv und dann auch wieder nicht aktiv. Und wenn dieser Schwellenwert, diese Einstellung für dieses Noise oder Rauschgate zu heftig oder zu falsch eingestellt ist, dann passiert halt sowas, dass irgendwie Wörter oder auch mal Buchstaben komplett im Nirvana verschwinden in deiner Aufnahme. Und solltest du jetzt so eine Effektkette laufen haben, dann hast du immer wieder das gleiche Problem. Du musst dann ja erstmal auf Ursachensuche gehen sozusagen. Was ist die Ursache? Welches Plugin ist dafür verantwortlich? Und das musst du dann ein bisschen fein justieren, damit es wieder funktioniert. Kann man natürlich alternativ machen. Meine Empfehlung ist trotzdem immer erstmal eine Rohaufnahme zu machen und dann die Effekte drüber laufen zu lassen. So hast du immer stets das Backup und kannst dann je nachdem das Ganze nochmal fein justieren. Ich lasse das Video jetzt weiter so laufen. Hör einfach mal hin, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Es wird dir bestimmt bei dem einen oder anderen Satz oder bei dem einen oder anderen Buchstaben auffallen. Der professionelle Weg ist, und darum geht es ja auch auf diesem Kanal, wenn das für dich in Ordnung ist, wenn du sagst, ich habe meine Effektkette hier, es läuft alles, erzähl mir nichts, ich mache das so, dann go for it, dann tu es. Aber ich möchte ja trotzdem einmal aufzeigen, wie sonst der reguläre professionelle Weg ist. Und der ist folgendermaßen, du nimmst immer erst eine Rohaufnahme auf. Und dann folgt die Bearbeitung. Diese Rohaufnahme speicherst du natürlich auch als Backup, falls noch irgendwas sein sollte. So, dann folgen halt Bearbeitungen, wie zum Beispiel Lautstärkeanpassung, also Normalisierung, Equalizer, Kompressor, Mastering und so weiter und so weiter. Und das musst du ja nicht jedes Mal aufs Neue einstellen. Auch dafür gibt es ja Tools. Das zeige ich ja auch in meinen Tutorials, habe ich das schon gezeigt. Und in meinem Kurs zeige ich das ja auch nochmal explizit, dass es einfach Möglichkeiten gibt, dass du eine Rohaufnahme erstellst, die dann vielleicht kürzt, also deine Versprecher rausmachst und dann mit ein bis zwei Klicks deine Bearbeitung, die auf dich personalisiert ist, durchlaufen lässt. Und fertig. Das war's. Also es geht auch andersrum. Es muss nicht so sein, dass alles gleich währenddessen aufgenommen wird und bearbeitet wird, sondern du kannst auch erst eine Rohaufnahme machen und das dann einmal durchlaufen lassen. Das funktioniert auch. Wenn das in deinem Programm auch funktionieren sollte, ich arbeite zum Beispiel mit Adobe Audition, da funktioniert das 100%ig gut. Ja, dann schau mal in deinem Programm, ob das das vielleicht auch irgendwie hergibt, etc. Und ja, stell es dir sonst so ein. Das ist auf jeden Fall der Weg, den du gehen solltest, falls du dir unsicher bist. Wenn du dir in deiner Sache sicher bist und sagst, ey, das ist gut so, wie ich es mache, dann bleib dabei. Ja, nur, dass du das einmal gehört hast, wie eigentlich der Weg wäre. Es ist halt auch Gründe gibt, warum man erst eine Rohaufnahme aufnimmt. So im professionellen Bereich ist es immer so. Es wird immer eine cleane Rohaufnahme aufgenommen. Immer. Egal, was es ist. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen helfen und auch vielleicht ein paar Tipps geben. Vielleicht übernimmst du was für dich, vielleicht auch nicht. Schreib doch sonst mal rein, wie du das machst oder mit welchem Programm du arbeitest oder welche Empfehlung du sonst haben solltest. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.